Leute, herzlich willkommen zum nächsten Safe Game in diesem Contest. Ja, wir haben jetzt etwas die Häufigkeit der Safe Games hochgedreht jetzt zum Ende. Das heißt, das und dann kommt noch eines und dann sind wir fertig. Dann gibt es das letzte Zwischenvoting und dann das große Finalevoting um diese wunderschöne Tasse hier. Ohne Tee natürlich. Also wäre irgendwie echt blöd zum Verschicken. Ja, Malaga. Echt cool. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf dieses Safe Game. Ich glaube, der David war es. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Sorry, falls doch. Geschickt hat. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei ihm gelaufen ist. Er hat geschrieben, dass die Mannschaft ihm für die zweite Liga unfassbar stark ist und eigentlich problemlos in der ersten Liga auch mithalten könnte. Und das auch der Grund war, weshalb er sich dann hier sehen, wie es im zweiten Jahr gleich für die Champions League qualifizieren konnte. Und er hat auch geschrieben, dass er ein sehr, sehr schwieriges Jahr hinter sich hatte, nämlich dieses Jahr hier, da konnte er sich nicht international qualifizieren und war kurz davor, gefeuert zu werden. Aber ungefähr so stelle ich es mir auch vor. Also nicht kurz davor zu sein, gefeuert zu werden, sondern den Klub dann wieder in der ersten Liga zu etablieren. Und auch wenn jetzt kein Meistertitel klappt mit Malaga im FM 2020, wenn man es regelmäßig schafft, in die Champions League zu kommen, dann wäre auf jeden Fall schon ein ziemliches Ziel erfüllt. So, schauen wir mal auf die Partien selbst. Erstes Jahr, Copa del Rey, ja, nochmal umgedreht im Rückspiel, Bilbao rausgeworfen und dann war erst gegen Real Sociedad ein Station. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht und dann eben aufgestiegen. Das Jahr darauf, Deportivo La Coruña, ja, rausgeflogen im Elfer schießen. Das heißt, kein Pokalwettbewerb, also konnte er sich voll auf die Liga konzentrieren. War wahrscheinlich auch ein Mitgrund, warum es dann in der Liga so gut geklappt hat, Zweiter geworden. Das heißt, jetzt müsste Champions League kommen. So ist es. PSG, Ajax und Donetsk. Heftige Gruppe, ein Unentschieden gegen Ajax, eines gegen Donetsk und ein Sieg gegen Ajax. Vielleicht hat es gereicht, ich bin mir jetzt nicht sicher. Schauen wir mal, Copa del Rey, weitergekommen, weitergekommen, dann gegen Atletico gescheitert im Halbfinale. Ja, Champions League weitergekommen, 2-2 gegen Man City und dann 1-1. Das heißt, du hast auswärts 1-1 gespielt, bist also leider unter Auswärts-Torregel rausgeflogen, aber ziemlich beeindruckend, auf jeden Fall diese Gruppe überstanden zu haben, dass es sogar für die Champions League gereicht hat, nämlich. Ja, darauf EuroLeague, Anderlecht, Nizza, Leverkusen. Zwei Siege, ein Unentschieden, noch ein Sieg, noch ein Sieg. Also da bist du sicher weitergekommen. Slavia Prag, 2-1. Und dann hat sich Leverkusen an dir gerecht, 2-4 Gesamtscore ausgeschieden. Ja, darauf war dann das, wo du dich nicht international qualifizierst, Real Saragossa, 2-1, im Pokal besiegt. Atletico aus dem Pokal geworfen. Finale Copa del Rey, leider knapp gegen Barca verloren. Aber beeindruckende Leistung. Ja, darauf. Schalke. April Bär-Sheva aus Israel besiegt. Und wow, achso. Ich denke mir gerade, das ist EuroLeague, aber ich denke mir, das wäre eine sehr einfache Gruppe für die Champions League. 0-0 und 1-2 gegen Guimaraes. Schalke besiegt, dürfte gereicht haben. Hier auch nochmal ein Sieg. Gegen Atletico im Pokal rausgeflogen. Die Wolverhampton Wanderers rausgeworfen aus der EuroLeague. Brügge rausgeworfen. Tottenham rausgeworfen. Die Bayern. Ah, wieder Auswärtstorregel. Da bist du wieder knapp an dieser Regel gescheitert. Schade drum. Ab. Interessanterweise auch wieder bei den Bayern gelandet. Nur irgendwie in unserem HSV-Let's Play nichts. Das Jahr darauf Champions League. Wolfsburg, Main City, Lyon. 18 zu 1 im Test. Hier sehen wir zwei Unentschieden. Ein Sieg. 0-5. Dafür dann 5-0. Interessant. Also Champions League hast du glaube ich auch ganz gut überstanden. Schauen wir mal. Ja, bist weitergekommen. Gegen Sporting Lissabon weitergekommen. Und dann ging PSG im Viertelfinale gescheitert. Aber insgesamt ist das ein sehr cooler Save. Und ja. Bin jetzt gespannt, wie du es transfertechnisch so gemacht hast. Und natürlich auch gespannt, wen wir so aus unserem Let's Play jetzt noch erkennen. Hier hast du drei verkauft. Äh, vier verkauft. Drei verkauft und einen verliehen. Hat schon gestimmt. So, das Jahr darauf. Kevin Ndoram. Von Monaco gekauft. Christian Früchtl geliehen. Alfred Ndiaye. Und Leschuk. Es würde mich nur interessieren, ob Früchtl bei dir gespielt hat. Mittlerweile bei Wolfsburg. Und der Vertrag hat sich eigentlich 2,9 Millionen. Naja. Ist nicht so gigantisch entwickelt. Zwei Einsätze, zwei Gegenteure. Ich habe mir schon gedacht, dass der in der zweiten Saison nicht bei dir Stamm spielt. Grand Piers verkauft, so wie ich eigentlich jetzt auch bei uns. Und viele, viele Spieler verliehen. Kräftig, wie viele du hier eigentlich hattest. Das Jahr darauf sehen wir William Trostek-Kong. Guter Mann. Von Nudinese. Alessandro Rossi von Lazio-Rom bekommen. Sergi Palencia. War auch nicht schlecht, was ist noch immer bei dir. Dejan Jovedic. Den kennen wir natürlich. Sehen wir auch immer wieder in Safe Games. 44 Millionen Marktwert. Der entwickelt sich halt sensationell. Mavropanos hast geliehen. Charles Alenja. Den haben wir ja auch schon angesehen bei Malaga Let's Play. Also das sieht auch cool aus. Oder schaue ich zumindest noch an im Malaga Let's Play. Bin mir nicht sicher, ob das schon draußen ist. Spoiler. Naja. Drei Spieler verkauft. Und wieder eine Menge verliehen. Wirklich interessant, woher du diese ganzen Spieler hast. Also wahrscheinlich war da vorher schon die U19 und die B11 so voll. So. Den kennen wir hier. Ich kenne, glaube ich, niemanden. Sergio Regulian. Alessandro Mourica. Nico von Barca B. Mittlerweile bei dir noch immer unter Vertrag. 54 Millionen Marktwert. Du hast ihn für zweieinhalb bekommen. Das ist auch sehr cool. Also ich glaube auch bei Mannschaften wie Barca oder Real sollte man immer wieder in der zweiten Mannschaft scouten. Das sollten wir uns auf jeden Fall auch merken. Weil ich glaube, da kannst du durchaus Leute holen, die vielleicht, wo Barca glaubt, dass die zu schwach sind. Aber für dich reichen sie halt dann trotzdem. Wenig verkauft. Dani Pacekos. De Auer. Bukarest 8,5. Heftige Summe fürs De Auer. Und K. Abgegeben. Ja. Jahr darauf. Paz und Daka von Salzburg ablösefrei. Mavropanos ablösefrei. Zwei starke Transfers. Santiago Ferreiro. Mittlerweile 30 Millionen Marktwert bei Hoffenheim. Also ich glaube, ups. Ich glaube, du hast einen ganz guten Deal gemacht mit ihm hier. Ferran Torres. Alexander Isak. Miguel Luis. Kommt mir auch bekannt vor und ist unfassbar stark. Jorge Espinosa. Okay. In Regen. Einige verkauft, wen kennen wir. Renato Santos. Monir. Monir ist denn das? Ah, der Torhüter war schon wieder. Keko. Du hast die Oviletsch schon mal verliehen. Ja darauf. Ist jetzt wahrscheinlich 2,24 schon etwas schwieriger. Valo Touré. Okay, den könnte man kennen. Gibt es anscheinend zumindest in echt. Starker Linksverteidiger. Laurence Fanet. Marcus Lorente. Sehr stark. Der war bei West Ham. Interessant. Florian Amberge. Auch nicht schlecht. Adrian Rodriguez. Sehr stark. 2,9 Millionen hast du nur gezahlt. Und auch der ist interessant. Wieder Linksverteidiger. Aviman Kiyo. Ablösefrei. Stark. Verkauft hast du Faruk an die Bayern. 37 Millionen. Die sind ja verrückt. Okay, der ist echt stark. Ägypter. Du bist doch wirklich aus Ägypten. Du hast ihn ablösefrei bekommen. Und für 42 Millionen verkauft. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Paz und Daka. Hast du mal hin auch einen ganz guten Deal gemacht. Da ist dieser Ferrero gegangen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wieder viele verliehen. Jetzt sind wir in der letzten Saison hier Renato Sanchez von Schalke. Rasmus Nissen Christensen. Sagt mir nichts, aber sieht interessant aus. Auch der ist nicht schlecht. Roche Cuenca. Den haben wir uns auch schon angesehen, oder? Malaga, Let's Play. Bin mir nicht sicher. Ja, er ist so und so sehr stark. Also, es sind jetzt vor allem keine gigantischen Summen dabei. Also, ich finde, dass du sehr, sehr gut wirtschaftest. Da hast du schon 86 Millionen ausgegeben. Aber 30 Millionen, was ist das heutzutage? Das ist eigentlich gar nicht so viel. Schauen wir zuerst noch auf deine Mannschaft selbst. Allgemeine Info. Also, Altersdurchschnitt sehen wir, sieht sehr gut aus. Viele Mitte 20, was ich eigentlich finde, dass es halt echt das beste Fußballeralter ist. Von der Nation her sehen wir, dass zumindest ein Drittel, nicht ganz die Hälfte zumindest, Spanier sind. Und dann hast du noch ein paar Südamerikaner dabei, aber der Rest eigentlich aus Europa. Und dann schauen wir auf die Taktik. Wir sehen wieder mal ein 4-2-3-1. Zwei Spielmacher im Mittelfeld. Ein Einflügelspieler, der nach innen zieht. Der ist auf der Seite, wo du einen offensiveren Außenverteidiger hast. Das sieht auch sehr gut aus. Eher kürzeres Passspiel von hinten raus. Genau, auf der einen Seite hinterläufst du nur. Kurz abspielen. Und ein bisschen höheres Pressing, aber gar nicht aggressiver. Interessanterweise. Seizfalle an und Torwart an. Kurzem Abspiel hindern. Gut, schauen wir mal. Kein Ersatztorhüter auf der Ersatzbank. Das sieht man immer wieder bei euch. Boris Radunovic. Ganz starker Keeper von Partisan Belgrad. 28 Jahre, super Torhüter, Alter. Dann haben wir Kellyan. Den haben wir ja schon zu Beginn, oder? So ist es. Den haben wir ja auch gerade verliehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann Nissen Christensen. Rechts hinten. Wahnsinnig starker Spieler. Der ist zu Beginn bei? Ajax in der Jugend. Ja, da kann man schon mal scouten bei Ajax. Dann haben wir Balotouré. Links hinten. Den haben wir vorhin schon ganz kurz gesehen. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Weil er eben auch so schön offensiv stark ist. Erinnern wir Avropanos. Den wir beim Arsenal Let's Play letztes Jahr schon hatten. Sehr schönes Talent. Ja, wenn bei ihm halt auch gefällt es, dass er wahnsinnig stark am Ball ist. Super Übersicht hat. Also den kannst du eben schön nach Ballspielen spielen lassen. Dann schauen wir uns vielleicht mal die Stammelf durch. Nico. Zurückgezogener Spielmacher. Das ist schon gigantisch. Erste Jahr über hat er den verliehen, wo er anscheinend Stammspieler war. In Belgien. Dann haben wir Alessandro Murcia. Kann alles. Super Box-to-Box-Spieler im Zentrum. Flanken kann er nicht. Deswegen kannst du ihn halt schön einfach im Zentrum lassen. Wie gesagt, da ist er perfekt und kann alles. Also Box-to-Box passt auch sehr gut. Du hast ihn halt als Zentralen, der auch hinten bleiben soll. Drin. Aber sieht sehr gut aus. Vorne auf der Zehn hast du Adrian Rodriguez. Kommt von Sevilla. Also eigentlich von deinem Rivalen. Bzw. gar nicht. Aber du hast ihn an den Rivalen verliehen gehabt. So ist es. Ja. Schauen wir mal auf die Bank. Da haben wir Rollon. Esteban Rollon. Der ja jetzt momentan einer der Stars und Führungsspieler ist bei uns in der 2. Liga. Der hat sich da jetzt nicht wirklich gigantisch weiterentwickelt. Bin gespannt, wie es im FM 2020 ist. Dann Sergi Palencia. Auch ordentlich. Als Ersatz ist er echt in Ordnung. Auch nicht der Offensivstärkste. Passt also von der Rolle her dann ganz gut. Dann haben wir Renato Sanchez. Ja. Rotationsspieler passt, finde ich da eh ganz gut. Er kann alles. Er kann eigentlich beide Rollen hier füllen. Also Backup für beides sein, finde ich. Dann haben wir Adrian Jovelic. Nur 22 Einsätze von Beginn weg. Also das ist schon interessant. Da hast du echt ihn hier. Laurence van He. Der ihm den Rang abgelaufen hat. Gigantisches Talent. Den haben wir uns noch gar nicht angesehen. Die Flügelspieler fehlen auch noch. Ganz vergessen. Alfredo Becquera. Sehr schnell. 15, 17 ist er super wert. Links hast du einen nach innen ziehen. Javi Antiveros. Der ist bei uns, oder? Wo ist der gerade verliehen? Girona. Könnte sein. Namen kenne ich auf jeden Fall. Ja. So. Jetzt können wir da weiterschauen. Also. Innenverteidiger aus Italien. Sehr solide. Kann, finde ich, auch. Halbwegs beide Rollen spielen. Dann haben wir das Ferran Torres. Ja, genau. Super Backup. Dann haben wir hier Alessandro Ross. Dritter Stürmer. So jemanden als dritten Stürmer zu haben, ist halt auch richtig stark. Ich weiß halt nicht, ob der mit der Rolle dann zufrieden ist auf Dauer. Dann hast du noch einen ganz netten links hinten im Backup. Da hast du auf der Bank, aber eigentlich Palencia auch schon, der das kann. Alex Muller. Oh, da hätte ich mir auch gedacht, dass sich der noch besser entwickelt. Ich hoffe, dass es im FM 2020 besser wird. Kelian haben wir hier. Dann unten Cuenca im Verletz. Jorge Cuenca. Und Miguel Luis. Der gefällt mir auch sehr gut. Also eigentlich auch einer deiner Stammspieler, wenn er halt gerade nicht verletzt ist. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Wie schaut es hier aus? U19. Der Beste hier ist verliehen. Ich meine, wahrscheinlich generell. Hier sind jetzt gar nicht so viele Talente, aber du hast viele Leihspieler. Das heißt, ich nehme mal an, dass du hier Ansicht berichte. Ja. Sind jetzt gar nicht so die großen Stars. Wie sieht es denn mit deinen Einrichtungen aus? Ja. Die Einrichtungen sind grundsätzlich, also vor allem was das Scouting angeht, schon mal sehr, sehr gut. Hier könnte man noch ein bisschen nachbessern. Aber so im Allgemeinen, komplett neues Stadion gebaut, 2,23. Aber so im Allgemeinen sieht das schon sehr, sehr gut aus. Also gibt es, glaube ich, nichts zu bemängeln. Solide Taktik, klassisches 4,2,3,1, so wie ich es eigentlich auch aufstellen würde. Und ja. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Einsenden. Also da sieht man, was mit Malaga alles so möglich ist. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Du hast ja ein Großteil an spanischen Spielern. Du hast auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Altersstruktur. Gut gescoutet, also keine 70, 80 Millionen für einen einzelnen Spieler ausgegeben. Mir gefällt es. Ich hoffe, dem Rest in der Community auch. Und jetzt haben wir noch ein Safe Game und dann geht es in das Voting. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe ja auch. Bis bald. Ich hoffe ja auch. Untertitelung des ZDF, 2020